Ho ho ho, ist denn heute schon Nikolausi? Ja, ab diesem Wochenende ist bei Michaela beim Make-Up-Coach großes Verschenken angesagt. Zu jeder Bestellung bekommt ihr von mir eine Brush-Guard-Hülle. Ihr wisst, das ist dieser Transportschutz für die Pinsel, damit die Pinselspitzen nicht verknicken. Also das gibt es bei jeder Bestellung dazu. Wenn der Bestellwert über 20 Euro liegt, gibt es zusätzlich noch eine praktische Nagelfeile, weil die kann man ja nie genug haben. Mein Tipp, lass die hier in dieser kleinen Tüte drin, dann verkatscht auch in der Handtasche oder nicht der Lippenstift, wenn das beides aneinander rubbelt. Ab 50 Euro gibt es zusätzlich noch diese Wimperntuschhilfe. Es gibt ja einige Filme darüber, ich zeige es nochmal kurz, was macht dieses Teil. Das kann gerade bei Schlupflied das Oberlied schön zurückhalten, hochhalten und dann könnt ihr die Wimpern tuschen und dann ganz langsam wieder wegnehmen und dann gibt es weniger Klecker beim Wimperntuschen. Ab 100 Euro gibt es sogar noch die SOS-Größe mit 50ml. Letztes Jahr gab es die 35ml-Dose, dieses Jahr gibt es sogar eine 50ml-Dose von mir gratis als Geschenk dazu. Das heißt, liegt der Rechnungsbetrag über 100 Euro, bekommt ihr alle diese vier Sachen dazu geschenkt. Ist das nicht super? Das heißt, überlegt mal, wen ihr dieses Jahr mit den Make-Up-Coach-Produkten glücklich machen könnt. Euch fällt da bestimmt was ein. Ich habe interessante Sets gepackt und auch ein paar Preisreduzierungen dazu. Und ich sage jetzt einfach nur, ich esse jetzt einen Bratapfel. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.